Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Krypto, Brooklyn Beckham und Nicola Pelz, knallharter Ehevertrag kurz vor der Hochzeit. Beide Parteien wollten sich absichern. Ein Insider berichtete gegenüber The Mail on Sunday, Brooklyn Beckham soll einen Ehevertrag mit seiner Braut Nicola Pelz unterzeichnet haben. Das 380-Millionen-Fund-Vermögen von Brocaille Psilonennes Eltern, David und Victoria, wird von dem geschätzten Vermögen von 1,3 Milliarden Pfund von Miss Pelz, Vater, Finanzier-Nersen, in den Schatten gestellt. Beide Parteien haben sich daher absichern wollen, heißt es weiter. Sollten sich Brooklyn und Nicola scheiden lassen, ist somit ihr jeweiliges Vermögen geschützt. Die Nachricht des Ehevertrags kommt, während die Vorbereitungen für die Luxushochzeit am 9. April auf Hochtouren laufen. Die extravagante Feier findet in der Villa der Familie Pelz in Palm Beach, Florida, statt. Und eins ist klar, es wird eine mehr als glamouröse Angelegenheit. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Braut zwei Märchenkleider von Valentino für die Hochzeit tragen wird und möglicherweise auch eine der Kreationen ihrer neuen Schwiegermutter für die Abendfeiligkeiten. Ein Insider verriet, Nicola ist für ihre stillvollen Hochzeitskleid-Anproben nach Rom geflogen und hat sich für zwei Märchenhafte Valentino-Kleider entschieden. Victoria Beckham hat Nicolas Verlobungskleid entworfen und ein VB-Kleid wird wahrscheinlich auch am Abend auftauchen.